Feuerwehrauto, Löwe, dieses Kind wollte auf dem Schwein reiten, Motorrad. Guck, das sind hier so, da kann man die Kinder abgeben. Ja, aber auch in so einem Park. Ja, da habe ich Enia ja öfter mal abgegeben. Aber guck mal hier, er träumt. Kannst du sehen? Glaubst du? Ja, er läuft dann so. Im Traum läuft er. Weg von seinem Herrchen. Dass hier so viel los ist, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, die Bentone ist ein bisschen verschlafen. Hier, das sind die letzten Zuckungen, bevor es wirklich kalt wird. Ach, da ist ein Handtuch, ist da. Ja, ein großes weißes Handtuch. Guck, jetzt sind die Hemden wieder modern, die du dir damals gekauft hast. Ja, aber die sind nicht mehr so weit. Ja, und alles ist hier über die Zitrone in Mentone. Alles ist... Ja, oder Zitrone. Guck, und diese kleinen Hunde, die sind jetzt ganz modern. Ja. Ja, wenn die auch so nett sind, die Katzen, dann geht das ja. Guck, da ist so eine Jacke. Guck mal, was die kostet hier. Die Steffjacke. Guck, das sind alles... Das sind echte Obst jetzt. Mal sehen, was eins kostet.